Hallo zusammen! Eizocke hier! In diesem Video zeige ich euch die Quest, im Quick mit dem Schavlach-Ruten-Kreuzzug anzunehmen bei Exekutor Sigant, im Tivisfall, an dieser Position. Ob eine Vorquest dafür nötig ist, kann ich nicht sagen. Normalerweise ist das eine Questweihe, wo die Folge Quest genauso heißt wie diese hier. Auf YouTube werde ich es so machen, dass diese Quest unter Teil 1 zu finden ist, also im Quick mit dem Schavlach-Ruten-Kreuzzug Teil 1, dann Teil 2, Teil 3. Ich werde auch versuchen, in der Videobeschreibung alle Teile zu posten, damit ihr nicht viel suchen müsst. Nehmt die Quest nun an. Nun noch Quest beobachten. Man darf 10 Schavlach-Rute-Krieger töten. Ich begebe mich ins Quest-Gebiet und werde mich, sobald ich in der Nähe bin, nochmal bei euch melden, um euch zu zeigen, wo diese Schavlach-Rute-Krieger zu finden sind und euch ein bisschen den Weg dahin zu beschreiben. Bis gleich. Ich bin gleich im Quest-Gebiet. Hier auch die Map. Bin von Will aus, also hierhin gelaufen. Einfach hier diese Wege entlang. Ich bin hier rechts abgebogen und hier links. Ihr könnt aber auch anders laufen. Im ganzen Gebiet hier sind Mobs, also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, hier bin ich. Wie man gleich sieht, sind die gesuchten Quest-Mobs Stufe 5 oder 6 oder sogar 7. Ich bin Stufe 9. Sollte also keine Probleme haben, die Quest zu erledigen. Falls ihr Probleme habt, dann macht zuvor andere Quests, die vielleicht einfacher sind oder sucht euch eine Gruppe. Ist einfach eine Kill-Quest, also nichts sammeln und so weiter. Und wie ihr seht, der Mob zählt dazu. Eins von zehn. Schavlach-Rute-Krieger, Krieger, Krieger. Alles Schavlach-Rute-Krieger. Ich glaube aber auch Level 6 Mobs hier im Gebiet gesehen zu haben. Also die Quest kann man ziemlich früh annehmen, da der ist 6, beziehungsweise die ist 6. Ich töte jetzt noch den. Dann werde ich weiterhin Mobs töten und dann werde ich mich wieder melden, sobald ich in der Nähe von Brill bin. Weil den Weg zurück glaube ich findet ihr selbst, vielleicht habt ihr auch den Ruhestein dort, einfach dann die Wege zurücklaufen. Also, wir sehen uns wieder kurz vor Brill. Bis gleich! Da bin ich schon in Brill. Hab ja gesagt, ich melde mich hier, weil es ist dasselbe Weg. Die Quest ist abzugeben bei Exekutor Siegand in Tivisval an dieser Position. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. dann geht's okay, Ende. Bis zum nächsten Mal.